Ein herzliches Willkommen hier zurück in der Metapower League in der 2. Trottl mit dem Trottl und dem Fanggamer und mir. Finkers. Sein Name, ich kann nichts dafür. Ja, Lincoln City spielt daheim. Es ist Fünfter gegen Vierter, jedoch muss man sagen, Paris ist gut gestartet mit einem 4 zu 0 Sieg, sonst nur unentschieden, noch keinen Gegentreffer, aber auch Lincoln City gut gestartet, die die Rangers überraschend geschlagen haben. Natürlich ist das jetzt ein Spiel, wo man sich vorne positionieren kann. Uh. Uh. Oh, das war ein süßer Schuss. Oh, das war ein süßer Schuss. Beide mit vollem Einsatz. Oh, das war ein süßer Schuss. Oh, das war ein süßer Schuss. Oh, das war ein süßer Schuss. Alter was Schiri soll über 2 drüber steigen einfach. Alter was Schicksal ist der Trottel nicht genauer das sehr gut aufgefallen ist in den ersten Matches und dann kann sich die auf jeden Fall daheim jetzt mal spielbestimmender. Oh aber Fehler. Nein Gohli was machst du? So wenig dürfen sie sich nicht erlauben. Ohne so. Alter hast du du. Alter. Statt dass der Gohli weiter raus geht nochmal geht er mit dem Rücken mit dem Rücken. Ah das war abseits. Wenn man auch Weltklasse dass der daneben gegangen ist Gott sei Dank. Oh der Gohli bleibt drinnen. Oh. Alter steh auf. Oh schade. Mal schön kommen. Mal schön. それ unter ihm. Oh Ashley. Naah. Mantoki. Sie können durchaus mithalten, das haben sie bewiesen. Ich glaube, jetzt gibt man Paris zu viel Platz zum Spielen. So wie da auch nicht so. Ganz frei zum Kopfball kommen kann. Der Referee hat mir gezeigt, dass es ein Minimum von zwei Minuten zu einem Zeitpunkt gibt. Ah. Ja, da sieht man das Verhältnis. Sechs Schüsse Paris, drei Schüsse nur Linkling City. Aber aus dem Tor haben sie immer eines mehr abgegeben. So, man bleibt einmal unverändert. So. 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 So ist man nicht schön. Oh, so stark. Gott sei Dank. Ja, langes 0 zu 0. 0 zu 0, würde sich Paris auf 3 schieben, Lincoln würde auf der 5 bleiben. Uccia, wichtig von Onisoro, aber noch da, der ist noch da, Marmelone, jetzt zurück. Ahhhhhhhhhh, das ist gut, ziehen wir das Arsch mit dem Zweikampf, weil ich glaube, jetzt kommt der Pressball. Aber wenn der Pressball kommt, kannst du eh nichts drücken. Ja, und der Gegenzug ist drinnen! Aber was drückst du im Pressball? Musst du eh warten bis... Warte mal den Ball... Ja, musst du eh quasi gleich Zweikampf annehmen. Ja, aber beim Pressball ist ja kein Zweikampf. Nein! Brotto! Nein! Brotto! Ja! Alter! Alter! Gefickt's euch! Echt! Fickt's euch! Gut gemacht! 122 zu 0, Paris! Guck! Guck! Hauna, grönt! Guck! 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 Platz einschieben. Oulter. Ja, danke. Nein, oulter. Gescheißen. Aber es ist ein Fail ordentlich gewesen. Gescheißen, oulter. Was war da jetzt wieder? Alter, der war gar nicht beteiligt. Gefick dich doch, alter. Boah, der war nicht gut. Okay. Ja, jetzt ist er doch drin. Koloblanka per Elfmeter. Ja, jetzt muss was. Und da doch einstecken. Das will ich auch meinen. Alter, du bist ein Trottel, Lofrancic. Das ist der dümmste Spiel, leider. Boah. Absatz. Utscha. Ja. Ja. Oh, da brauche ich keiner hin. Oh, da brauche ich keiner hin. Oh, da brauche ich keiner hin. Wichtig. Ach man. Ja. Scheiße. Antony Utscha. Kurz ist auch noch gut. Kurz ist auch noch gut. Okay. Ja. Ja. Ja, Paris bleibt weiterhin ohne Gegentreffer. In der Liga ungeschlagen. Lincoln schiebt die auf Platz 6 zurück. Paris erobert die der Ballenspitze. Wahnsinn, hätte nicht gedacht am Anfang, dass die Pariser so stark sind. Ja, er ist ein großer Anteil an diesem Erfolg, Konoplanka, auch Unisofo, stark. Ja, da, vierte Minute, die erste große Möglichkeit von... Oha. Ich verstehe das nicht, warum das jetzt immer abbricht. Ich auch, warum das nicht mehr geht eigentlich. Na gut. Ich habe jetzt gar nichts drückt, nämlich. Ja, drücken. Danke. Na, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Match. Bis dann, haut rein, macht's gut und... Bis dann, ciao, Papa. Ciao, Papa.